Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Civilization 6 mit dem Baum und Bart. Ich habe es gerade schon angekündigt, ich werde noch eine Folge aufnehmen, definitiv noch eins hinterher schicken, weil es einfach gerade so Spaß macht. Was geht in Okoyoko Hammer ab? Wo steht denn das? Acht Wohnraum für zehn Bürger? Oha. Oha. Oha, oha, oha. So, dann sollte ich wahrscheinlich eher für Duck bauen, ich weiß es nicht, als ein Monument machen. Kultur ist wichtig. Kultur ist wichtig. So, Angriff. Dann, 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 dann. So, er seine Einheiten auch die ganze Zeit auf Seele ist, das verstehe ich nicht. Hat das Schiss oder was? Hat wohl definitiv Schiss. So, Angriffsschütze. Eins nach vorne gehen. Angriffsschütze marschiert auch hier rauf. Der marschiert hier auch nach oben. So, ein Musketier und den kann ich auch mitladern. Okay. Ein Angriff. Ja, was mache ich mit dem, mit dem Dimitri Medvejev? Ich gewähre eine zufällige Technologie und löse das, ach ne, gewähre eine zufällige Technologie des Industriezeitalters. Löst das Heureka für Chemie aus. Zack, zack, zack. Knieren wir nieder und beten wir. Ich weiß nicht zu wem. Oder gibt es schon einen Schutzheiligen der Ballistik? Ja. Einen gibt es nicht. So, was ist nächstes? Trall baut eine Salpeter-Mine. Das kann ich ja als nächstes machen. Baut zwei Schiffswerften. Haben wir noch nicht. Äh, Chemie. Das ist richtig. Ich baue, ich brauche definitiv jetzt einen Schiffswerft, zwei Schiffswerften. Brauchen tue ich es nicht, aber wäre trotzdem nicht so schön, nicht so verkehrt. Statt starten. Belohnung. Okay, schön. Anreisen. Ja, ich kann hier oben eigentlich auch gar nichts machen. Lass mal einen Hafen bauen, Handwerker bauen, Späher bauen, Händler bauen. Ich weiß es nicht. Ich baue erstmal einen Hafen. Das dauert zwar ewig. Oder doch vielleicht ein Industriegebiet. Komm, ich baue ein Industriegebiet. Nicht in der Wüste. Scheiß drauf. Tokio ist da vielleicht etwas ungünstig gewählt, aber ich möchte ja diese ganzen Dinger haben. Diese ganzen Boni haben. So, zum Einsatz. So, Breslau wird das nächste Mal von der Karte getilgt. Nächste Runde. Hier Wohnraum. Brasilien wurde von Ägypten in den Krieg erklärt. Spanien handelt mit Brasilien. Die Förderung verfügbar. Schön. Okay. Dann mal rauf mit dir. Du auch rauf. Und... Du greifst an. Du greifst auch an. Du greifst auch an. Ja, das meinte ich eben mit der... Und das ist etwas... Dumm ist, in Anführungszeichen, von der KE. Weil die halt nicht wirklich mich angreift. Also, das war jetzt versucht ein bisschen, aber... Das war jetzt auch nichts. So. Nagoya. Ja. Handwerker. Peter, der Zweite, hat mit Philipp, dem Zweiten, Frieden geschlossen. Ja, das benötigt. Das benötigt... Deutliche Musik. Würde ich sagen... Das war's noch nicht. Schade. Oh, Baban. Nein, Karavelle. Kann ich denn eine Einheit kaufen? Eine Birk mit Gold kaufen? Ja, das war's noch nicht. Ja, das war's noch nicht. Ich könnte erstmal da runterlaufen und erstmal schauen, was hier abgeht. Ich hab wirklich noch ein Dorf entdeckt. Ja, ja, bla, bla. Brasil, por exemplo. Brasil, por exemplo. Auf Wiedersehen. Schön für dich. So. Wieder zurück. Ja, Samurai ist zum Angriff. So. Das weiß ich gesundheit und er greift's auch noch mal an. Kabul, 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 Kabul. Das, wenn wir der Kabul einnimmt, ja? Das mal. Tja, behalten. Start, Start, erledigt. Hehehehe. 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 So. Händler. Du machst deinen Hafen. Du reparierst erstmal alles. Jetzt noch zum Angriff. Jetzt noch zum Angriff. Du bist zur Heilung. Du hast noch zwei Bobanendörfer, hab ich noch zwei Bobanendörfer, kriegst du die Wisse unten noch. Wild, wild. Ah. Mehr Annehmlichkeit in Kyoto, mehr Wohnraum benötigt. Ja. Mehr Wohnraum benötigt. Kawalerie. Kawalerie. Da, 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 da. Auf geht's, Kawalerie. Kann ich dir jetzt direkt angreifen, bedeutsamer Sieg, bedeutender Sieg. Komm, ich greif's jetzt mal direkt an. Wärterung verfügbar ist auch gut. Handwerker. Oh, schön. Der kann ja hier alles reparieren. Wärterung verfügbar, selbstverständlich. Produktion wählen. Wollen wir jetzt die Produktion wählen? Wärterung. Kann auch weiter wachsen, aber ich habe ja hier unten SGB. Na, Plus 5. Wie sich halt, wie sich halt so entwickelt, dass manche Städte halt tatsächlich jetzt spezialisiert sind. Das geht in Kyoto ab. Ich hau hier immer wieder an mein, an mein Mikrofon. Warum denn? 14 Wohnraum auf 13... Auf 13 Bürger. Der Wohnraum kann ich jetzt umbauen. Ja, das vergibt es auch. Ja, was machst du überhaupt? Die Kawalerie bauen? Okay, meinetwegen. Du verstehst trotzdem nicht, warum er... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Langsam muss man auch nicht verstehen. Das ist wichtig, aber... Das ist trotzdem nicht. Also ich kann das nicht nutzen. Japan-Ritter. Japan-Borgenschütze. Und Japan-Pekinire. fischerboote wurden vom barbarenland geplündert ja mein wegen du wagst es mein freund du wagst es kommen hier ist es auch noch ist die und salpeter dieser typ dieser typ unglaublich ich bin wieder dran auf geht's runter und dann zum angriff und die kavallerie komponenten und kann nicht einmal gefördern option wählen kreise so bauen hilft ja nichts so was kann ich noch machen mit dem man sagt michael ich brauche nicht kann ich jetzt ein monument und eine kanalisation so was bist du du brauchst mehr wohnraum unglaublich wenig beziehungsweise gar keine gar keine industrie haben mein gott die muss jetzt mal alles reparieren gesandten kann noch verteilen habe ich schon einen mit 5 hongkong meine freunde hongkong lissabon hat hongkong den krieger gefällt sehr gut der für mein schiff gefällt scheint so ja ne habt ihr nicht das ist ja noch hier was mache ich da ich habe ja 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 bedeutende sieg go 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 die kavallerie Guck mal, die Missionare hier. Wer ist das? Zack. Er kundet immer noch. Deutend der Sieg. Und die Deutenden Sieg. Nein, geht noch gar nicht. Aber ich muss sagen, rein mit uns in die wunderbare Welt von Uchito Kimune, hätte ich beinahe gesagt, von ja, hier. Wisst schon. Wird in der Sieg. Oh, okay. Machen wir doch das vielleicht, oder? Ist die Stadt gar nicht verteidigt? Jetzt haben die gar nicht, haben die keine, keine Stadtmauern. Ach du Scheiße. Ähm, dann. Habe ich nicht mehr viel, mit dem ich handeln kann, oder? Hongkong. Gute Wahl. Du kannst hier jede Menge bauen und reparieren. Ja, wirklich, komm. Ich habe vor euch jetzt nicht mehr wirklich Angst. Indien hat in Granada Stadtmauern. Granada? Granada ist indisch. Hat der Inder in Spanien einen Krieg erklärt, oder was? Zeitalter der Moderne. Schön. Normbauteil. Zeiten ändern sich und das Zeitalter der diplomatischen Delegationen ist vorbei. Es ist wichtig, dass wir Botschaften bei... Chemiker stottern meistens nicht. Es wäre auch mehr als schlimm für sie, denn wie sollten sie je Wörter wie Methylethylamylophenyl aussprechen? Methylethylamylophenyl. Sehr gut. Automatie gibt es zwei Arten von Problemen. Kleine und große. Die Kleinen lösen sich irgendwann von selbst und die Großen lassen sich nicht lösen. Ah, okay. Materialismus. Dauerhafte Botschaft. Heiligen Krieg erklären. Heiligen Krieg erklären. Politik ändern. Regierung wechseln. Ne, freu ich nicht. Eigentlich, was will ich da jetzt großartig machen, oder? Großengeneral brauche ich eigentlich nicht. Ja, tja, tja, tja. Großingenieur. Plus 4 Gold und plus 1 Glauben durch alle Handelswege. Ne. So, okay. Forschung wählen. Habe ich jetzt schon SAP-Termine? Nein, ich habe noch keine SAP-Termine. Das mache ich jetzt gleich. Das mache ich jetzt gleich. Und zwar werde ich jetzt gleich hier eine Einheit kaufen bei den Handwerker. Sehr schön. Ausrichtung wählen. Aufklärung. Halte drei große Persönlichkeiten. Ach, ne. Insgesamt ein Bonus. Okay. Die Runden. Als nächstes haben wir dann noch baut sieben Unterschiede. Da habe ich sie schon alle. Bonus, Bonus habe ich. Krieg mein Casus. B. B. Oppo und Ballett baut ein Kunstmuseum. Naturgeschichte. Meine Güte. Großer General. Die Hingabe unserer Zivilisation für militärische Angelegenheiten hat unter unseren Truppen einen großen General hervorgebracht. Wenn sie auf dem Schlachtfeld klug eingesetzt werden, können Generäle die Schlacht zu unseren Gunsten wenden. Okay. Als ob ich irgendwas zu meinen Gunsten ändern müsste, weil es ist... Ja. Ja, komm, Ake, guck ich scheiß drauf. Ja, das muss ich sagen, ich meine, ich spiele jetzt schon auf Schwierigkeitsstufe Prinz und das ist ein bisschen... Das ist mir ein bisschen zu simpel, muss ich sagen. Selbst für Schwierigkeitsstufe Prinz. Also es ist nicht so viel diplomatisches Geschick von Nöten, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, ich mache es ja trotzdem... Ich mache es ja trotzdem Spaß mehr. Ich bin ja ein Idiot. Und Peking hier will ich jetzt auf der See angreifen, ne? Bam. So, zum Angriff. Samurai. Ritter. Bedeutet nur sie. Dinger Sieg. Deutendes Sieg. So, der General... nach Uruk. Jetzt kann ich mit euch weitermachen. Sehr gut. So, was machst du am blödsten? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich jetzt hier noch machen soll. Ne, ich lasse den jetzt am besten da und ausruhen. Denn ich versuche jetzt hier Lissabon einzunehmen. Ja, keine Samurais mehr. So eine Musketiere diesmal. Befehle. So, was ist das? Was ist das? Ist das Öl? Ja. So, was ist das? Ja. Okay. So. 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 Geil, ich find's so cool, diese Kämpfe, ich find's so cool gemacht, wirklich, ich find's so cool gemacht. Ich tröste ein bisschen über die Schwierigkeitsgrad hinweg, vielleicht bin ich aber auch schon zu sehr Zivilisation Pro, das kann natürlich auch sein, dass ich, ja keine Ahnung, dass ich vielleicht, dass ich mir deswegen ein bisschen leichter tue, als manche andere. Ja, war ne gute Idee anzugreifen, sehr gute Idee. Okay, der Minion, zack. Zack. Zum Angriff, zum Angriff, zum Angriff, mehr kann ich dazu nicht sagen. Norwegen ist bald tot, Norwegen ist bald tot. Wir machen den Norweger tot. Ich hab eigentlich echt erwartet, dass die Norweger ein bisschen mehr Gegenwehr hätten, dass das die mal ganz weit vorne waren in der Militärmacht. Aber, offensichtlich, ähm, ja. Bam. Was war denn der Sieg? Tü, 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 tü. So, damit ist Lissabon auch Geschichte. So, statt behalten, jawoll. Statt behalten, jawoll. Korruption wählen, in Guru. Guru, Guru, Guru. Bione kann ich jetzt bauen, aha. Interessant. Wie Gebiet. Konzpeier reparieren. Konzpeier reparieren. Der hat schon, der hat schon Dinken, schon gefährden Panzer. Was ist los? Da ist noch Kupfer. Befehle. Handwerker. Hm. Dann geh das mal da hin und guck mal, was du da noch reparieren kannst. So, du rufst dich aus. Hm. Du nimmst den Barbaren, den Barbarendorf, das Barbarendorf ein. Gexel über Quexel über Quexel über Quexel über. Wie viele. Du, 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 du. Ich bin jetzt aber mal so frech und mache jetzt tatsächlich mal den Schnellkampf an. So schön es auch aussieht und so cool, aber das dauert mir jetzt echt zu lang, ganz ehrlich. Diese Runde mehr Wohnraum in Nippur und die Hauptstadt Norwegens wird von Japan eingenommen. So. Ich würde nicht die letzte Hauptstadt sein, die ich einnehmen. so. Ich würde sagen, die Expansion ist äh unglaublich. Niederos verzichtet. Ablehnen. Nein. Ablehnen. Du kannst mir noch so viel bieten. Du bist des Todes. Du hast mich damals angegriffen, mein Freund. Und jetzt greife ich dich an. Jetzt ist Feierabend bei dir. So. Ich bin gleich so dreist und geh einfach vollgaslos auf den. So. Du kannst dich verschanzen, wenn du lustig bist. So. Ich verschanze mich hier. Der Muskeltier. Ich verschanze mich bis zur Heilung. Der Handwerker. Was macht der Handwerker? Der baut da hinten die Mine. So. Wo ist der? Wo ist der? Der ist hier. Hab ich nach Lissabon schon einen Weg? Okay. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich, ne? Der Handwerker darf auch erstmal alles mögliche reparieren. Reparieren. Ganz eindeutig reparieren. Guck mal das. Reparieren. Hat sich auch geschanzt mit euch eigentlich nicht mehr. Ab. D-D-D-D-D-D-D-D. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ich pick ihn hier. Fahr ich mal da rauf. Die einstmals so große Macht von Norwegen. Der Pflückt. Das hungert. Fukuoka. Tja, was mache ich mit Fukuoka, wenn die in Fukuoka hungern? Bürger verwalten. Habt ihr nicht viel mit Nahrung? Tauschen? Ah, okay. Okay. Die, 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 die Würstehandwerker. Handwerke. Nächste Runde. Tja, minus 8. Niederrost binden. Was, Niederrost? Nicht genügend Nahrung. Ja gut, klar, weil alles kaputt ist. Hier ist alles kaputt. Überall brennt es. Paz-Situation. Bei der Niederlage. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Und zwar abwarten. Und belagern. So, Schanz bis zur Heilung. Na los. So, und der kann jetzt hier auch sichtbar schanzen. Vor allem Beförderung haben wir noch. Super. Ich bin schon wieder zu weit vom Mikrofon weg. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an. So laut kann ich mich gar nicht stellen. Äh, wo sind wir denn jetzt hier? Wasser, Kanasi, Dingens, Dongens. Ähm, ja. Ja, was machen wir denn mit dem Wassermüll? Hilft nix. Nahrung. Jede Menge Nahrung. Was hast du? Du brauchst Nahrung. Äh, du brauchst Gebäude. Nein. Dann machen wir doch keine Sektion. Baut auch ewig, oder? Bis das gebaut ist. Das ist eine gute Seite. Ah, komm, scheiß drauf. Sante senden. Und zwar nach Jakarta. Wo komm ich da ab? Das fickt Gold in der Hauptstadt. Wow. Wow, 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 wow. Das heißt, äh, ich mach jetzt Schneere, war nicht. Ich mach eigentlich hier. Hatushka, Hatushka, wie auch immer. Nicht zur Heilung. Defensiv. Nächste Runde. Ich seh's gerade, die Folge dauert schon 30 Minuten. Ich muss, wo geht das? Es ist halt dieses typische Civilization. Nur noch eine Runde. Eine Runde mach ich noch. Und zwar versuche ich jetzt tatsächlich, Saubsbogner einzunehmen. Dann ist das ein krönender Abschluss für diese, ja, auch schon wieder lange, lange Folge. Man sollte nie einen Schützen kritisieren, solange man nicht mindestens anderthalb Kilometer in seinen Schuhen gelaufen ist. So ist er barfuß und man selbst gelangt außer Schussweite. Denn alles gegen die Natur ist auch gegen die Vernunft. Und was gegen die Vernunft ist, ist Unsinn und zu verwerfen. Das stellt sich noch heraus. Plus ein Annämmlichkeit. Okay, Forschung wählen. Zwei Schisswerft noch einmal jetzt gebaut. Das ist schön. Ausrichtung wählen. Können wir jetzt weitermachen. Wo ist denn die nächste Tierwahlrecht? Oh, da brauche ich schon noch einige Runden. Hm, Kolonialismus. Baut sieben Unterschiede Spezialbezirke ab. Hm. Schaltet urbane Verteidigung von einem gewährt all euren Städten automatisch 200 Befestigungsstärke. Wow. Kolonialsteuern freischalten. Meine Güte. Was ist denn hier schon wieder los? Die rebellieren hier schon wieder. Ein paar anderen Panzerabwehr-Dingen. Deutlich Niederlage. Ah, nein. Schlicht. Ich wollte euch jetzt angreifen. Hm, Mann, ey. Verbaren, ja. Die kommen gleich mit so mächtigen Einheiten. Dass ich da gar nichts machen kann dagegen. Nichts. Ja, nichts kann ich dagegen tun. Nichts. Außer abzuwarten und zu schauen, dass ich die irgendwie wegbekomme. Ah, ja. Wat sollet? Wat sollet? Heilung außerhalb von Freude ist ein Territorium. So. So. Panzerabwehr-Raketen. Deutender Sieg. Hier. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich... Ja, das wollte ich. Ich wollte eigentlich aufhören nach der Runde. Komm, eine Runde geht noch. Eine letzte Runde geht noch. Da manche Kunden. Immer ein bisschen was von der Welt. Zack. Hier haben wir noch Krieger. Versteht ihr? Mangel an Annehmlichkeit. Und das folgt dazu, veranlasst zu rebellieren, ja. Ablehnen. Nein. Das größte Problem war tatsächlich gegen die Barbaren. Weil die... Weil die sich wahrscheinlich orientieren nach meinem Technologiestand. Ambruchsschütze wurde getötet. Okay. Okay. So. Muss ich mit euch tatsächlich ein bisschen weg. Nicht, dass ihr noch anfängt, mich, äh, zu töten. Oh, so ein Mist. Boah, ey. Wie mich der platt macht. Der einzige, der dagegen, der dagegen, äh, 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 steuern kann. Diese Barbaren. Diese Barbaren. Die unglaublich nervigen Barbaren. Kannst du dich jetzt. Kannst du eine Mine machen. Deutlich Niederlage. Ja, deutlich Niederlage. So ein Mist, ey. So ein Mist, so ein Verdammter. Panzerabwehr. Ranger. Ione. Werkstatt bauen. Genau, Werkstatt ist immerhin nicht verkehrt. Polimente. Händler. Das Videobiet. Ja. Videobiet. Ich reparier's noch. Ähm. Erstmal hier mit euch. Musik. Das war blöd. Ich hätte nicht Dinge angreifen sollen. Ah, so ein Mist. Die Galerie geht halt. Meine Güte. Kann halt nichts machen mit meinen Galer. Nichts. Gar nichts. Ah ja, nur noch eine Runde. Es wird eine überlange Folge. Ich weiß, ich weiß. Mann. Habe ich da noch keinen? Ich habe da auch schon. Da habe ich auch noch keine Weide gewonnen. Ich war doch gerade da. Mann. Ich bin wahnsinnig. Machen die nicht. So. Und rein mit dir. So sieht es aus. Tod den Norwegern und auch Tod den Sumerern. So. Mit diesem Sieg. Äh. Und leider noch ein paar. Ein paar Barbaren. Werde ich jetzt diese Aufnahme beenden. Denn ich freue mich. Weil ich es eigentlich geschafft habe. Jetzt zwei. Die zwei stärksten Konkurrenten. Von meinem Kontinent. Von meinem großen Kontinent. Zu vertreiben. So. Ja, ich möchte mal ganz kurz noch hier anschauen. Okay. Kann ich denn sonst noch was machen? Echt nicht, ne? Nicht wirklich. Portion wählen. Kornspeicher reparieren. Einer bin die Befehle. Mir durchaus bewusst. So. Jetzt ist es aber wirklich gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Ab und Like da lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis. Denn macht es gut. Ciao. Ciao.